Musik Von Ridlock Brimstone, Beförderung zum Centurio. Als Anerkennung für euer vorbildliches Verhalten bis zum heutigen Tag, wurdet ihr von eurer Legierung zum Centurio befördert. Glückwunsch, Soldat! Aber feiert nicht zu ausgiebig. Dies ist nicht nur eine zeremonielle Beförderung. Ein höherer Rang bedeutet auch höhere Erwartungen, mehr Verantwortung und mehr Verpflichtungen. Und zwar ab sofort. Eure erste Aufgabe erwartet euch bereits. Meldet euch so schnell wie möglich in meinem Büro, um eure Befehle entgegenzunehmen. Persönlich bin ich sehr froh, einen weiteren Kämpfer in den Reihen der Vorgesetzten begrüßen zu dürfen. Willkommen an Bord, Ridlock Brimstone Tribune der Blutlegion. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Guild Wars 2. Ihr seht, ich bin mittlerweile Stufe 31 und mein Charakter hat sich schon etwas leicht verändert. Ich habe einen geilen Bogen. Klaus hat mir empfohlen, dass ich mir vielleicht einen Kurzbogen zulegen sollte. Aber ich finde, also für mich persönlich, finde ich den langen Bogen ein bisschen besser. Wenn es dann zwischenzeitlich mal anders werden sollte, dann werde ich dann bestimmt auch den Kurzbogen nehmen. So, was seht ihr noch? Ich habe einen neuen Begleiter. Und zwar habe ich mir einen Wolf-Eisbären. Oder einen Wolf-Eisbären. Einen jungen Arctodus gezähmt. Und ja, der gefällt mir schon mal ein bisschen mehr. Eine Mischung aus einem Wolf und Bären finde ich ja sowieso geil. Und ich habe einen neuen Skill. Mit Stufe 31 hat man so eine... Ja, wie sage ich das? So eine spezielle Fähigkeit freigeschaltet. Solche Elite-Fertigkeiten. Und da habe ich mir das Artilleriefeuer rausgesucht. Das ist ein kleiner AOE. Finde ich nice. Auf jeden Fall hilft er uns sehr stark. So, ich mache mit euch zuerst die Hauptquest weiter. In die Inni könnte ich jetzt schon gehen. Habe sogar schon den kleinen Brief bekommen. Als kleine Einleitung. Aber den lese ich euch dann vor. Wenn ich in die Inni gehe. Aber jetzt muss ich mich erstmal um meine Hauptquest kümmern. Ich habe jetzt... Ja, zwei Wochen vielleicht. Ne, nicht mal zwei Wochen. Ich habe jetzt eine Woche jeden Abend gespielt. Und bin somit auf Level... Äh... 31 gekommen. Und es ist schon eine ganz schöne Arbeit. Zumal es immer schwieriger wird. Wird, ne? Und ihr seht, ich bin hier durch das ganze Gebiet gezogen. Und habe versucht hier alles mögliche mitzunehmen. Das Gebiet hier auch. Und das hier unten. Da ist der Dungeon im Übrigen. Katakomben von Ascalon. So nennt sich der. Aber jetzt habe ich glaube ich zu viel geredet. Jetzt müssen wir erstmal mit Britlock. Britlock Brimstone reden. Steht bequem, Centurio, und hört gut zu. Wir haben ein ernstes Problem und ihr seid bereits darin verwickelt. Die Orden von Tyria sind wegen einem eurer Soldaten zu mir gekommen. Wegen Jaul, dem Dreisten. Jaul ist tot. Er starb im Kampf gegen Herzog Baradir. Ich habe sein Grab gesehen. Ja, und bevor er starb, kaufte Jaul offenbar ein gefährliches, magisches Amulett von der Nekromantin Rissa. Wo immer dieses Amulett hingeht, folgen ihm die Untoten. Rissa hat sie in der ganzen Region verteilt. Die Orden möchten Jauls Amulett gerne untersuchen, um zu sehen, womit sie es zu tun haben. Die Hochlegion wiederum wollen eine gute Beziehung zu den Orden. Also werdet ihr ihnen bei der Untersuchung helfen. Ihr trefft euch an Jauls Grab mit Vertretern der Wachsamen, des Ordens der Gerüchte und der Abtei. Sprecht mit allen drei Orden, aber konzentriert euch dann auf den, der am ehesten greifbare Ergebnisse liefern kann. Verstanden? Ja, Jaul war einer meiner Leute. Ich werde tun, was nötig ist, um diese Sache aufzuklären. Okay. Also müssen wir uns jetzt wieder zwischen drei Gruppen unterscheiden, die dann den Fall dann näher untersuchen werden. Ist auf jeden Fall wieder so eine Entscheidung, die unser Schicksal beeinträchtigen wird. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hin muss. Und zwar muss ich an Friedhofs, ja ne, muss ich dorthin. Ich habe mir mittlerweile auch ein bisschen Gold angelacht, wobei ich sagen muss, dass ich ein bisschen was wieder verloren habe. Also ich habe schon noch ein bisschen Gold, aber ich habe halt den größten Teil meines Silbers verloren, weil ich, ähm, weil ich mir Ausrüstung gekauft habe. So, jetzt müssen wir aber erstmal dort lang. Wuhu, wuhu, wuhu. Und die Abstimmung ist im Übrigen noch nicht beendet. Also, ähm, die Abstimmung ist beendet, wenn ich die Story hier abgesetzt habe. Also wenn ich die Story jetzt hier abgeschlossen habe. Dann ist die Abstimmung beendet. Bis jetzt könnt ihr noch entscheiden, also bis dann könnt ihr noch entscheiden, ob ihr mehr Geldwurst-Videos sehen wollt. Oder ob ihr, wie ich es jetzt auch gerade schon mache, nur die, äh, Hauptstory sehen wollt. Oder, und nur hier die, äh, Inis, ne. Und wenn ihr Interesse daran habt, dass ich einen neuen Charakter anfange, dass ihr mal so von vornherein, äh, seht, wie das hier überhaupt anfängt bei Geldwurst 2, dann könnt ihr das natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, was ich denn spielen würde. Ich würde mir einen Menschen machen, und zwar einen Schurken. Weil ich die Menschengeschichte bis jetzt noch nicht so gespielt habe. Ich war, äh, Schar, ne, wie der hier. Dann ein Norn. So einen Pflanzentyp habt ihr ja bei Clouds schon gesehen. Und dann noch diese kleinen, äh, Gnome, oder die, die, Asura, Asura hießen die, glaube ich. Habe ich auch schon mal gespielt, aber das ist schon eine ganze Weile her. Und die Menschen, die sind mir am nahesten, sag ich jetzt mal. So, so, der Friedhof, dort vorne also. Was ist das hier eigentlich? Eröffnungsschlag. Nächster Angriff ist ein Eröffnungsschlag. Ah ja, das habe ich ja auch trainiert. Und Instanz, bitte. Was zur Hölle ist das denn? Friedhofs... Friedhofornamente. Ja, tun die hier so eine Raupe zeigen. Okay. So, sind das hier die drei Vertreter? Es geht nicht nur um eine Nekromantin. Es geht auch um Drachen und Untote. Ihr glaubt also immer noch, diese Nekromantin war eine Agentin der Albtrache. Seidat. Was ist denn hier los? Ja. Muss ich die Raupen jetzt erstmal hier wegmachen, oder was? Ja. Kann ich euch auch gleich mal den neuen Skill zeigen? What the fuck? Alter, ich wäre fast gestorben. Willkommen, Centurio. Schön, dass ihr da seid. Ich bin ja Haller Schreibvote von der Abtei Durmand. Meine Kollegen hier... Können für sich selbst sprechen. Ich bin gar ein Turmbrecher von den Wachsamen. Schön, noch einen militärisch ausgebildeten Verstand dabei zu haben. Ich bin Korukan, bearbeitender Schmied vom Orden der Gerüchte. Wir haben uns auf Untergrundtätigkeiten spezialisiert. Information, Infiltration und Attentate. Ich bin sicher, Tribun Brimstone hat euch eingewiesen. Aber trotzdem die Kurzfassung. Alle drei Orden sind entschlossen, die Albtrachen aufzuhalten. Euer totes Truppmitglied könnte darin verwickelt sein. Ich verstehe, worum es bei dem Auftrag geht. Jaul's Grab ist gleich hier. Worauf warten wir also? Seht ihr? So denkt ein Militär. Das Problem identifizieren und es gleich angehen. Kein Rumgeeiere, kein Zu-Tode-Quassel. Auf euch haben wir gewartet, Centurio. Es gibt eine Komplikation. Genauer gesagt, eine Horde untoter Raupen zwischen uns und dem Ziel. Und da der Tote zu eurem Trupp gehörte, wollten wir auf euch warten, bevor wir ihn ausgraben. Aber wenn ihr jetzt da seid, auf zum Raupen quetschen. Was zur Hölle haben die jetzt eigentlich angefangen, von einem Drachen zu labern? Oh, es scheint heute auch ein bisschen zu lecken. Wow, ha. Wow, wow, wow. So, Kollege. Dieses Grab hier schon ausgebuddelt. Die sind wo aus denen sein Grab... Oh, gestiegen die Raupen. Sack. So. Dann untersuchen wir erstmal das Grab. Ich weiß nicht, für welche Fraktion ich mich entscheiden soll. Das werde ich dann wohl eher spontan machen. Auf jeden Fall ist die Abteil de Monde... Äh, da war ich schon. Da war ich schon. Die ist hier hinten. Äh, wo war die, wo war die, wo war die? Auf jeden Fall warte ich hier irgendwo in dem Eislevel. Nein, will ich nicht hinreisen. Und mit der hatten wir auch in der Geschichte der Nurn zu tun. Falls ihr euch... Oder habe ich das aufgenommen? Weiß ich gar nicht. Kein Amulett. Nicht mal eine Leiche. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Entweder hat jemand euren Freund ausgebuddelt, oder hat das selbst erledigt. Wenn Ghan hier etwas mehr Humor hätte, würde ich unser Projekt damit als totgeborenes Kind bezeichnen. Geht auf eurem Amboss rum, Herrmann Schmied. Hier reden die Erwachsenen. Unser Ziel hat sich nicht geändert. Wir müssen immer noch eines dieser Amulette in die Finger bekommen. Ich fürchte, das muss ich euch beiden überlassen. Ohne das Amulett in Händen muss ich mich mit meinen Kollegen beraten, bevor sich die Abtei auf eine angemessene Reaktion festlegt. Wir haben die Aufzeichnungen der Nekromanten. Wir wissen von mindestens zwei von Rissas Schmuckstücken, wo sie sich befinden. Ich würde sagen, wir fangen mit Rugas Heimstatt an. Ich und die anderen Schmiede treiben da oft Handel. Wir haben dort wertvolle Kontakte und können es uns nicht leisten, sie zu verlieren. Was ihr und eure Kumpane wollt, könnt ihr verkokeln. Die Leute von der Schneewie Freistaat wurden angegriffen und brauchen unseren Schutz. Ihr könnt nicht jeden retten. Da unser neues Goldstück hier nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann, wen werdet ihr beschützen, Centurio? Oh Gott. Entscheidet, wie ihr weiter vorgeht. Wir haben jetzt zwei oder drei als Auswahl. Stehen die ineinander? Oh, scheiß auf den, seine scheiß Kontakte. Wir sollten lieber die Leute beschützen. Würde ich mal denken, oder? Yay! Vitalität, Sechkeit, Siebenkraft. Lol. Zustandsschaden, Präzision. Kraft, Präzision. Ich glaube, ich mache Zustandsschaden, Präzision. Hat mir Klaus nämlich auch erzählt, dass ich auf Zustandsschaden gehen sollte. Unsichtbare Tasche mit acht Plätzen. Ist doch mal nice. Blauer Lederbeutel. Tun wir mal absetzen und setzen mal die Tasche hier rein. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Was ist denn da drin? Ach so, ein lustiger Spaß hier wieder. Okay, kann ich die verkaufen zufällig noch? Sehr gut. Kann ich beim Handelsposten noch verkaufen. So. Bei Runes of Magic musste man, ich weiß nicht, ob ihr Runes of Magic kennt, aber dort musste man immer selber seine Gegenstände suchen und gucken, wie viel die gerade wert sind im Auktionshaus. Hier werden die gleich hier unten angezeigt und das ist richtig nice. Also kann ich die jetzt für sechs Silber und, sag mal, 39 Kupfer verkaufen, anbieten. So, ach so, ich habe wieder ein bisschen was. 25 Kupfer habe ich wieder gemacht. Nice im Auktionshaus. Das Auktionshaus sollte man auf jeden Fall nutzen. Das ist auf jeden Fall richtig nice. So, jetzt habe ich aber schon wieder... Sehen die jetzt anders aus, unsere Schulterschützer? Ja, ne? Jetzt sollte ich aber erst mal rausgehen und dann sollten wir uns auf den Weg machen zu dem ersten Schmuckstück. Ich glaube mal, dass hier die Story hier während wieder zwei Folgen... Was bedeuten würde, die Inni-Folge würde dann... Ich weiß noch nicht, ob ich die gleich nach den beiden Folgen hier raushaue oder ob ich erst mal wieder ein bisschen was freilasse, damit ich hier ein bisschen was leveln kann. Ähm... Lol, wo muss ich denn jetzt hin? Und Toterbefall. Lass ich mich mal hier hin porten. Die Inni-Folge, ich weiß auch nicht, ob ich das in zwei Teile machen werde, die Inni. Kommt und sprecht mit mir. Oder in mehrere Folgen. Wenn ich es in einem mache, kann es gut sein, dass die Folge 50 Minuten oder so geht. Und die dann hochzuladen, das wird eine kleine Herausforderung werden. Mh... Bock hätte ich auf jeden Fall. Ist natürlich die Frage, ob ihr so eine lange Folge sehen wollt. Das könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Schreibt es bitte separat jetzt in die Kommentare unter diese Folge, ob ich die Inni in zwei Teile machen soll oder in einen. In einen wäre eigentlich besser. Naja, gucken wir einfach mal. So, wo muss ich jetzt hin? Ach Gott, herrje. Da war ich doch noch gar nicht. Ich muss mich dorthin teleportieren erst. Ach so, bevor ich es vergesse. Auch mal, nochmal von mir, vielen Dank für 100 Abonnenten. Das ist jetzt hier das erste Video, was ich mache. Ähm... Was nach den 100 Abonnenten kommt, ne? Und es wird ein kleines Special geben. Wie das genau aussieht, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall habe ich noch was anderes vor, was unabhängig von dem Special, glaube ich, entstehen wird. Wird auf jeden Fall richtig nice, aber wann das fertig wird, kann ich auch nicht sagen. Aber euch erwartet auf jeden Fall das richtig Geiles. Wenn das so funktioniert, wie ich mir das denke. Ähm... Ja. Oh. Muss ich jetzt etwa durch das Portal dort durch? So wie es aussieht, hä? Oh, hier war ich ja noch nie. Deswegen hole ich mir mal noch den... Zack. So. Und jetzt mal hier durch. Ich bin gespannt. Ach, nach Löwenstein. Das ist die Hauptstadt von Guild Wars 2. Nice. Oh. Das ist, glaube ich, auch die Hauptstadt der Menschen. Oder ist das die Hauptstadt der Menschen? Das ist die Hauptstadt der Menschen, aber es ist auch die Hauptstadt von Tyria. Oh, wie lange war ich hier nicht? Naja. Das muss auch schon zwei Jahre her gewesen sein, wo ich hier das letzte Mal war. Oh, 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 oh. Das wird wohl wieder Erinnerung wecken. Die Stadt so zu sehen. Ach, wir sind hier am Rande von Löwenstein. Okay. Gut, dann muss ich erstmal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Alter, ist das dein Ernst, dass ich jetzt hier durch die ganze Stadt rennen muss erstmal? Na ja, gut. Kann man ja jetzt nicht... Wie zur Hölle komme ich jetzt darüber? Oh, Leute. Ist das euer Ernst? Warte mal. Hier kann man doch irgendwie noch... Moment. Hier sind doch verschiedene Portale. Ach, nee. Geht's denn hier hin? Rattasum? Der Hain? Ach, ich glaube... Ach, hier sind die Pflanzenfischer im Übrigen. So sehen die Pflanzen... Pflanzen... Äh... Die Pflanzenrasse aus. Aber wie komme ich jetzt hier lang? Ich muss doch irgendwie dort runterkommen. Ach, Leute. Das Reisen war doch gar nicht eingeplant. Wo ist hier? Gretterfels. Östlicher Bezug. Wegmarke. Na gut, dann laufe ich eben da hin. Geht ja nie anders. Liebe Freunde. Und so seht ihr mal ein bisschen von der Stadt Löwenstein. Das ist auch auf jeden Fall auch mal nice. Ich glaube mal, ich muss hier lang, oder? Oh, hier ist was explodiert. Sieht zumindest so aus. Dort oben ist ein Aussichtspunkt, aber der sollte mich jetzt weiter nicht stören. So, dann hole ich mir erstmal hier den Punkt. Keine Sorge, das hier ist nicht Löwenstein. Nicht, dass ihr das jetzt denkt, dass so hier Löwenstein aussieht. Löwenstein ist viel prunkvoller. Und ganz ehrlich, ich war hier noch nie. Sieht eher aus wie so ein Schiffsfriedhof. Aber hier liegen übelst die Schiffsteile rum. Die wurden auf... Ach, hier in der Gedenktafel. Okay. Ich war hier selbst noch nie. Alter, wie komme ich denn hier lang? Muss ich hier hoch? Hallo? Oh, ich bin etwas falsch gelaufen. Ach, fuck. Naja. Wird die Folge hier etwas länger. Ich würde die nächste Mission gerne noch schaffen. Hübser. Hübser. Lol. Hups. So. Mann, Mann, Mann. So, jetzt sind wir hier aber richtig. Habe ich das Gefühl. Oh, fuck. Wie komme ich... Deck mich doch hin. So, Auktionshaus haben wir hier. Jetzt haben wir hier auch den Port. 41. Und jetzt können wir hier durch. Mensch du. Gendaranfelder. Da glaube ich war ich schon mal. Da war ich schon mal kurz. Oder? Ich glaube schon. La, la, la. La, la. La, die Bildschirren. Ja, das ist glaube ich die... Naja, das sind die Menschen, die hier wohnen. Wackelkopf-Labor. Wo muss ich denn hier hin, Leute? Alter, wo muss ich denn hier hin? Ach. Dort muss ich hin. Ernsthaft? Da kann ich mich hin porten. Da kann ich mich hin porten. Das ist jetzt der Vorteil. Ich muss nicht Ewigkeiten rennen. Ich kann mich dort hin porten, weil ich dort schon mal war. Zum Leveln. Wieso schicken die mich da erst nach Löwenstein? Verstehe ich nicht. Hm. Lauschen wir mal der Musik. Ähm, wir müssen... Ach, wir müssen dort auch noch hin. Untoterbefall. Ach ja, Schneefall. Genau. Da hat er ja was erzählt, ne? Dass die angegriffen wurden. Oh, da hätte ich mich gleich hin teleportieren können, ich Idiot. Wenn ich nochmal richtig auf die Map geguckt habe. Aber so kann ich mich jetzt wenigstens schon nach Löwenstein teleportieren. Nice. Weiß auch, wie ich da hinkomme. Ich habe schon mal zu Klaus gesagt, schade, dass sie die Eisbärenrasse nicht eingeführt haben hier bei Guild Wars 2. Das wäre auf jeden Fall richtig nice. Da hätte ich nämlich den Eisbären gespielt, weil das sieht schon nice aus, ne? So, da haben wir und so. So, hier war es schon mal. Hier war es glaube ich auch eine Quest. So ein Event. Weg nicht weg hier. Ich zahle hier einen Preis. Oh, jetzt quatschen die wieder auf einmal. Ja, wie gesagt. Schneegebiete. In den Schneegebieten habe ich mich lange aufgehalten. Um die ganzen Quests da durchzuziehen. So, ein Nurn. So sehen die Nurnen aus im Übrigen. Groß gewachsene Menschen, die so groß sind wie die Char. So, jetzt beginnen wir aber wirklich mal die Instanz. Untotenbefall. Nice, 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 nice. Oh, ich bin ja so geil drauf auf den Drachen, weil irgendwann kommt es auch zu einem Drachenkampf. Glaub ich. In der Inni. Das wäre richtig nice. Oder vielleicht sogar hier in der Story. Und, was ich noch sagen wollte. Ähm. Was mir aufgefallen ist. Es gibt ja hier, äh, Handwerk, Erfolge, Chronik, ne? Meine Geschichte gibt es dann. Und dann gibt es noch die Staffel 2. Der lebendigen Welt. Und da gibt es auch 5 Storys. Die sind allerdings ab Stufe 80 erst machbar. Das werde ich auf jeden Fall auch Let's Play. Also, das ist halt auf jeden Fall richtig nice. Was? Man kann die kaufen? Man muss die kaufen. Oder man kann die kaufen? Das werden wir sicherlich noch rausfinden. Aber jetzt muss ich erstmal mich hier um die Mission kümmern. Hallo, Ghan. Es ist schlimmer, als ich dachte. In der Freistaat wimmelt er schon vor untoten Kreaturen. Wir müssen sie erledigen. Stimmt. Aber was ist mit dem Amulett? Es ist leichter, eine Leiche zu durchsuchen, die sich nicht bewegt. Gehen wir. Alles klar. Oh. Epische Sequenz. Ach Gottes Willen. Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Wo rennt denn hier hin? Wir müssen hier lang. Glaub ich. Wir schalten erstmal die Raupen aus. Bevor die uns dann noch von hinten bespucken. Aufschie. Aufschie. Na Alter, was sollen diese Schmeißfliegen hier? Wir müssen erstmal den hier wiederbeleben. Oh man, unser Patch steckt auch ganz schön ein. Scheiße, 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 Kollege, mach hin. Mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. So, jetzt ist Einsatz für meine... Oh, scheiße. Meine Taube. Ich hatte mir mal durch Zufall eine Taube noch gezähmt. Oh man, war das peinlich. Oh, mein lieber Scholli. Hallo, ich soll die Leiche durchsuchen. Alter, was ist hier los? Die scheiß Fliegelfischer hier. Leute, was ist hier los mit euch? Halt! Oh mein Gott, diese Pest. So, und jetzt? Verteidigt die Freistaat gegen Sargon und seine Knechte. Ja, wo seid ihr, Leute? Seid ihr jetzt tot? Wo liegt denn überhaupt dieser Kahn-Typ? Ach, hier oben seid ihr, oder was? Sehr gut. Wow, Alter. Oh, heilige. Alter, geht weg von mir. Alter, du bist doch schon längst tot. Tschüss, ey. Um Gottes Willen. Rissers Amulett konnte mehr als nur untote Raupen beschwören. Das gefällt mir nicht. Jauls Grab war leer. Er könnte jetzt da draußen sein und einen untoten Angriff auf eine andere freistellen. Statt anführen. Mag sein. Aber im Moment ist unser wichtigstes Ziel, dieses Amulett in die Zitadelle zurückzubringen. Je eher wir verstehen, wie es funktioniert, desto besser. Einverstanden. Während alle drei Orden sich darauf stürzen, das Amulett zu erforschen, können wir rausfinden, wie man es vernichtet oder zumindest deaktiviert. Erforschung ist was für Gelehrte und Spione. Die können mit Rissers Amulett machen, was sie wollen. Aber erst bringen wir es an einen sicheren Ort, wo es kein Unheil anrichten kann. Oha. Dieses Amulett war ja wirklich... Also könnte noch wirklich zum Problem werden, ne? Wenn es davon mehrere gibt. Da könnte der Typ sich eine richtige Untotenarmee aufbauen. So, jetzt müssen wir aber wieder zurück, bestimmt, ne? Und holten den Fall. Löwenstein ist freigeschaltet, sehr nice. Äh, wir müssen wieder zurück ins Büro, glaube ich. Also... Diesmal teleportiere ich mich gleich zur schwarzen Zitaselle. So hätten wir uns nämlich einiges ersparen können. Geben wir das dann noch ab und das war's dann auch für die Folge, liebe Freunde. Bambadam, bambam, bambam. So. Hä, wo muss ich denn jetzt hier hin? Ach, dorthin. So. An uns kommt nichts vorbei. Möchtet ihr weiterreisen nach Heldenbezirk? Klar will ich nach Heldenbezirk. Nettes Bild. Ich weiß nicht, die Chars, die sind mir irgendwie am sympathischsten von den Ganzen. Ich finde, ihre Rangordnung und der, ihr Staatsaufbau, ist eigentlich richtig nice. So. Jetzt sind wir hier also im Heldenbezirk von der schwarzen Zitadelle. Ich war hier auch noch nie. Sieht aber auf jeden Fall nice aus. So, jetzt müssen wir erstmal wieder hoch. Ah, ne, wir müssen gar nicht hoch. Wir müssen dort mit Ritlock Brimstone reden. Ja, ja, sehr verstanden. Schreck ich mich immer so, wenn der Lecker klingelt. Was schlaber der Kunde von Drachen? Und damit ihre Irrenfeuerkraft sind auch vermoß. Lass die Schweichelein. Forschung ist eben nicht die Stärke der Wachsamen. Solange unsere Aktivitäten zu den Drachen führen, haben wir nichts dagegen, uns zurückzuhalten. Vorübergehend. Melde mich wie befohlen, Tribun. Wir haben eines der Amulette der Nekromantin. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie man damit umgeht. Die besten Gelehrten der Abtei stehen bereit, um das Amulett zu untersuchen und, was noch wichtiger ist, auszuschalten. Meinen Quellen zufolge hat die Inquestur ihre Untersuchung eines solchen Amuletts bereits abgeschlossen. Warum sollten wir uns die ganze Mühe nochmal machen, wenn wir ihre Ergebnisse einfach nutzen könnten? Ich vertraue den Methoden der Inquestur nicht. Das hier ist zu wichtig, um es nicht selbst und richtig zu machen. Ihr Gelehrten und Spione wisst besser darüber Bescheid, wie man Informationen beschafft. Die Wachsamen stehen euch zur Seite, wann immer ihr Unterstützung braucht. Eure Entscheidung, Centurio. Wollt ihr die Beschaffungsmission des Orbs der Gerüchte unterstützen oder die Forscher der Abtei? Ich glaube, ich nehme die Abtei. Mit der habe ich schon ein bisschen mehr Erfahrung, als mit der Gerüchteküche da, ne? Ihr habt Fragen? Zack! Abgeschlossen. Ähm, nett. Langbogen, 99 Kraft, Präzision. Macht aber natürlich nicht so viel Zustandsschaden. Jetzt ist die Frage, ist das besser als mein jetziger Bogen, der ein bisschen mehr Zustandsschaden macht? Das ist eine gute Frage, aber ich nehme trotzdem mal den Bogen. Übrigens habe ich als meine Zweitwaffe, sage ich jetzt mal, eine oder zwei nette Äxte, ne? So, jetzt muss ich aber erstmal hier raus und mache mich dann, glaube ich, auf den Weg zur Abtei, ne? Ich glaube, da müssen wir dann auch hin. Und Gott sei Dank war ich dort schon, wie bereits schon gesagt. Das ist ja nice. So, jetzt gucke ich erstmal den Bogen. Mit dem Bogen, mit dem Bogen. Und zwar da. Ah, der sieht so... Ich habe übrigens zwei Klüfenbogen, ne? Einmal einen langen Bogen und einmal einen Kurzbogen. Das ist natürlich die Frage, welchen Bogen nehme ich? Nehme ich den Bogen, der mir in der Hauptkürste hinterher geworfen wird? Oder nehme ich dann doch den Bogen, den ich mir geholt habe in der... im Auktionshaus. Aber ich denke mal, ich nehme erstmal den Bogen, den ich in der Hauptquest bekommen habe. Und jetzt müssen wir, genau, zur Abtei. Dimon. Äh, warum war ich da noch nicht? Das kann nicht sein. Da war ich doch schon. Ich war doch dort schon. Das weiß ich doch noch. Na gut, liebe Freunde. Ich würde denken, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich vor der Hauptquest stehe. Bis dahin, viel Spaß noch auf unserem Kanal und bis zur nächsten Folge Guild Wars 2. Bis dahin, tschüss. Und jetzt, cap' already. Bis zum nächsten Jungen. Bis zum nächsten Mal.